Ja, prüft zu Anfang nochmal eure Meditationshaltung. Am wichtigsten ist entspannt aufrecht zu sitzen. Spürt mal in eure Augen hinein, ob die angespannt oder entspannt sind. Dann die Kinn- und Kieferpartie, ob die angespannt ist oder entspannt ist. Und wenn Anspannung da ist, dann lasst sie so gut ihr könnt los. Und auch die Schulterpartie. Auch da mal spüren, angespannt, entspannt. Manchmal zieht man die Schultern ein bisschen hoch. Dann lasst es los. Dann spürt mal euren ganzen Körper und eure Atmung im Körper. Dann spürt mal. 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 Und dann erinnert Versucht euch mal an eine Situation, in der ihr euch wohlgefühlt habt. Es muss nichts Großartiges sein. Es kann auch eine Kleinigkeit sein. Vielleicht habt ihr über irgendwas gelacht oder ihr habt irgendeinen kleinen Erfolg gehabt. Versucht euch mal an eine Situation erstmal zu erinnern, euch ein bisschen wieder hineinzuversetzen in die Situation. Versucht euch mal an eine Situation. Versucht euch mal an eine Situation. Und auf Basis dieser Erinnerungen, wie stark oder schwach es ja auch immer sein mag, wünscht euch, dass ihr häufig solche positiven Erlebnisse habt. Und dafür nehmen wir Sätze, die man so sagt, als würde man sie wirklich meinen. Es gibt auch keinen Grund, sie nicht zu meinen. Möge mein Glück immer wachsen. Oder wer will, kann auch sagen, möge dieses Glück, an das ihr euch erinnert habt, immer wachsen. Und denkt diesen Satz und spürt ihm dann nach. Möge mein Wohlergehen zunehmen. Das ist der zweite Satz. Möge mein Wohlergehen zunehmen. Der dritte Satz ist, möge ich weiterhin Erfolg haben. Und der vierte Satz. Möge mich Glück, Wohlergehen und Erfolg nie verlassen. Was ... Vielen Dank. Möge mein Glück immer wachsen, möge mein Wohlergehen zunehmen, möge ich weiterhin Erfolg haben, mögen mich Glück, Wohlergehen und Erfolg nie verlassen. Wir fördern unsere innere Einstellung, uns das Glück und den Erfolg wirklich zu gönnen. Das ist die Idee. Möge mein Glück immer wachsen, möge mein Wohlergehen zunehmen, möge ich weiterhin Erfolg haben und möge mich Glück, Wohlergehen und Erfolg nie verlassen. Und ich lasse euch jetzt mal das alleine machen, störe mal nicht. Und ich lasse euch jetzt mal, und ich lasse euch jetzt mal. Und ich lasse euch jetzt mal. Und ich lasse euch jetzt mal. Macht euch keinen Stress in Bezug auf die genaue Formulierung. Ihr könnt auch eine eigene Formulierung wählen. Arbeitet einfach in die Richtung. Bezug auf die genaue Formulierung. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und jetzt versucht mal an eine Person zu denken, mit der er doch fast nur Positives verbindet. Und idealerweise nur Positives verbindet. Und stellt euch diese Person vor, wie sie glücklich ist, sich wohlfühlt, freudig ist. Vielleicht erinnert ihr euch an eine Situation, wo diese Person so war oder ihr stellte euch einfach vor, wie es wäre. Und für visuelle Typen können gut das auch visualisieren. Und dann geht's. Und dann geht's. Und dann geht's. Und vielleicht, wenn ihr diese Person glücklich, freudig seht. entsteht, entsteht von selber in euch, so was wie Wohlwollen, diesem freudigen Menschen gegenüber und der Wunsch, dass die Freude bei diesen Menschen möglichst lange anhalten soll. Und aus dieser Einstellung heraus überlegt euch ruhig selber mal einen Satz, den ihr diesen Menschen sagen würdet oder sagen könntet, innerlich, aber auch äußerlich, wenn er hier wäre. Der euer Wohlwollen und euren Wunsch ausdrückt, dass diese Freude, dieses Wohlergehen weiter anhält, vielleicht sogar noch wächst. Vielleicht fällt euch noch ein zweiter und ein dritter Satz ein. Und dann denkt ihr immer diesen Satz, spürt ihn nach, schaut, was es mit euch macht und den nächsten und den dritten Satz. Und dann wieder von vorne. Und dann wieder von vorne. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.